Hola, begrüße euch ganz dolle zur nächsten Programmvorschau. Habe auf Telegram eine wirklich bärenstarke Rede gefunden von David Snowden und gedacht, das muss ich euch präsentieren. Also könnt ihr euch dann anschauen bei VK, bei BitChute, die sich den Trailer bei WEDnews.tv aufrufen. Entsprechend den Link kopieren, ab in die Browserzeile. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.